Jetzt bin ich hier auf einem kleinen Wasserfall auf Kupangan. Und der geht hier dann weiter. Ganz einfach zu erklimmen ist ja nicht, man sieht ja die vielen Felsen. Deswegen werde ich im Moment auch alleine den Abstand von nehmen. Dies hier ist der Hudson Beach, wo einmal im Monat die Fullmond Party stattfindet. Wo hier gesoffen und gefügelt wird bis zum Abwinken. Allerdings am Tage und ohne Fullmond. Und das ist die andere Seite von dem Punkt, wo ich stehe. Und hier an diesem Strand sind meine Freunde auch wieder vertreten. Die heiß geliebten Jellyfish. Man hat hier extra eine Begrenzung gemacht ins Meer hinaus. Wo man sehen kann, wie die Viecher von den Badegästen weghalten sollen. Wo man denkt, wo man hier nicht, wo man das Geist ist. Aber auch hier ist die Rose Marcel aus der Vorderung. Und hier ist der Grund, wo man hier drittigiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, Yang. Okay, Yang. Okay, Yang. Okay. Be careful with my hand, my finger. Oh, it's really hard. Okay. Oh! Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kaffee Sollte Das ist so kürbisch. Koh Phangan Secret Beach foi sudung Hacer 3 ton 5 ton 5 ton Vou criar gianca 5 ton Die Stadt ist in der Nähe von der Stadt. Es ist ein sehr schönes Kumpel. Ich habe so ein Kunstbücher. Was würdest du jetzt dabei auslösen? Scheisse. Strandbar Cochangal. Klaus sei ungesorgt. Ich verkneife mir mal meinen Kommentar über die Nerverfahren. Rastaurant am Secret Beach, Koh Phangan. Rastaurant. 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 Rastaurant.